Weißel bei 16BarsTV mit Visavi, ha 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 ha. 16BarsTV heute mit Weißel und Visavi. Schönen guten Tag, wir haben uns in Berlin getroffen. Genau, was geht ab? Bei mir ist alles entspannt, du hast heute Abend Auftritt, ich weiß nicht wie angespannt du bist. Angespannt jetzt nicht, aber ein bisschen müde so. Ich bin früh losgefahren jetzt hinzukommen und dann gleich noch woanders hin. Wie waren denn generell so die letzten Tage und Wochen? Du bist gerade auf Tour, du hast schon ein paar Städte mitgenommen. Wie war das To-Leben so für dich bislang? Es war ganz schön eigentlich, nur ich habe meine Stimme verloren nach dem dritten Tag, vierten Tag. Da musste ich ein bisschen kürzer treten und mich ein bisschen schonen. Und ja, jetzt bin ich 80% wieder zurück. Man hört noch ein bisschen, ist noch ein bisschen. Aber eigentlich ist deine Stimme doch immer so, oder? Ja, aber die ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich merke es. Ich kann nicht 100% geben. Dann heute schön Ingwer-Tee trinken vor dem Auftritt und solche Sachen. Ich weiß nicht, wie viel Ingwer ich vernichtet habe in der letzten eine Woche. So viel Ingwer produziert, glaube ich, nicht die größten Felder oder so. Wo wächst das eigentlich? Das sind Wurzeln, gell? Ja, das sind so eine Wurzeln, genau. Glaub mir, die ganze Erde hat nicht so viel Ingwer zur Verfügung gehabt. Ich habe viel getrunken auf jeden Fall. Honig, Milch mit Honig. Ja, diese Sachen eben, die man kennt. Aber lag das auch darin, dass du auf Tour so ein bisschen auch gefeiert hast und auch dann mal ein bisschen was getrunken hast? Ich trinke schon seit über anderthalb Jahren keinen Alkohol mehr. Wenn die Leute abgehen und so richtig am Auslippen sind, dann flippst du auch gleichzeitig aus. Dann gibst du dein Bestes und dann gibst du 200 Prozent, aber man sollte sich seine Kraft einteilen. Also so meine ich das. So ist das Beste auf jeden Fall. Hattest du dann irgendein Highlight bislang? Also irgendeine Stadt oder irgendein Moment? Irgendein besonderer Fan? Gab es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also Leipzig ist gestern böse abgegangen, Münster ist abgegangen. Ja, die beiden Städte sind jetzt die Favoriten, die die meiste Party gemacht haben. Gibt es irgendwas auf Tour, was bei dir immer dabei sein muss, was du die ganze Zeit machst? Hast du irgendwelche Rituale oder so? Rituale? Immer frisch duschen, immer frisch rausgehen. Ich bin sehr pingelig, was sowas angeht. Ich muss immer maximum frisch sein. Und danach dann auch nochmal wahrscheinlich maximum frisch, wenn du dich dann wieder unter die Fans schmeißt, oder? Ja, so. Genau. Und die nächsten Wochen, das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht weniger anstrengend. Also ihr habt auf jeden Fall noch einige Tour-Dates vor euch. Tust du irgendwas für dich außer Ingwertee trinken, damit du so eine Zeit durchstehst? Ich denke mal, wenn man zurück nach Hause kommt, sollte man zu Hause bleiben und nicht noch irgendwo sich draußen aufhalten und noch Party machen gehen. Das ist ein Monat mit Arbeit verbunden. Natürlich, das macht auch Spaß, aber es strengt auch natürlich die Stimme an. Und dementsprechend sollte man sich ausruhen, wenn man dann Pausen hat. Wie ist die Stimmung denn mit den anderen Jungs? Chill und Abdi sind dabei. Oleg Sesh, versteht ihr euch alle gut oder geht man sich auch irgendwann mal auf den Sack? Nein, nein. Ach natürlich, es gibt auch Good-Times, Bad-Times, aber Hannibal ist dabei, ein neuer Freund namens Nemo ist dabei. Und wir haben alle dick Spaß, sag ich dir ganz ehrlich. Natürlich, der eine will mal früher schlafen, der eine will länger bleiben und so. Aber das kann man schon untereinander irgendwie ausmachen. Hast du da so jemanden, der die ganze Zeit an deiner Seite ist? Es gibt ja dann auch mal so Grüppchen, Bildung, wenn man so mit mehreren Leuten unterwegs ist. Wer ist so dein Tour-Bro die ganze Zeit? OL. OL. Ja, V-L-O-L. Ihr beide habt am meisten Spaß zusammen. Ja, und Sami ist auch dabei. Lass uns mal nochmal so ein bisschen sprechen über deine aktuelle Situation. Ich glaube, du kannst mittlerweile jetzt von dir behaupten, dass du ein Rapper bist, ein Musiker, der damit auch sein Geld verdient. Das ist dein Beruf und quasi das, was dein Leben gerade hauptsächlich bestimmt, oder? Ja, so in die Richtung, ja. Es ist trotzdem finde ich auffällig, dass du immer noch an vielen Stellen und auch in Interviews oft mit deiner Vergangenheit konfrontiert wirst. Das passiert immer mal wieder. Ist es so, dass du Angst davor hast, dass du das langfristig nicht so richtig abschütteln kannst? Dass du quasi immer doch der Typ auch mit der kriminellen Vergangenheit bist, der Typ, der im Knast war? Oder glaubst du, dass du es irgendwann schaffen kannst, wirklich einfach nur der Rapper zu sein, der Musik macht und dafür bekannt ist? Ich bin der Rapper, der im Knast war. Auf jeden Fall, das ist die Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, warum man über Vergangenes reden sollte. Natürlich, wenn die Leute das irgendwie ansprechen, dann gebe ich meinen Teil dazu und gut ist. Aber jetzt, natürlich ist es nicht so super angenehm, aber man muss damit leben. Hallo? Das ist ein Teil von meinem Leben. Du selbst hast aber dann insofern eigentlich mit deiner Vergangenheit auch abgeschlossen, du denkst jetzt nicht mehr jeden Tag darüber nach. Du hast gerade selber gesagt mit deinem eigenen Mund, ich bin jetzt Rapper geworden und verdiene damit Geld und dementsprechend muss ich auch handeln. Natürlich heißt es nicht, dass wir jetzt nicht in den alten Kreisen verkehren. Ich verkehre immer nur in den alten Kreisen. Ich hätte meinen alten Jungs niemals in den Rücken fallen. Lieber von der Brücke fallen, anstatt ein Bruder in den Rücken fallen. Und ja, so ist das. Aber ich kann mich persönlich von mir aus sagen, dass ich jetzt nicht mehr von der Sorte bin, die nur Scheiße bauen geht, sondern von der Sorte bin, wie du gerade gesagt hast, Musiker. Es ging ja dann auch alles relativ rasant. Also von diesem Tag, an dem du aus dem Knast gekommen bist, das Signing bei den Aslaks, du hast Auftritte gemacht, du hast ein sehr erfolgreiches Mixtape veröffentlicht, jetzt kommt das Album. Glaubst du, dass dieser Weg auch so schnell gegangen wäre bei einem anderen Label oder ohne ein Label? Erstens, ich war gar nicht darauf aus, irgendwie Rapper zu werden oder so. Das wiederhole ich nochmal. Das war einfach so ein Ding. Ich habe ein Video gedreht mit gewissen Möglichkeiten, die ich hatte. Und das ist gut angekommen und das eine ist zum anderen geführt. Und warum ich dann bei Aslak gelandet bin, war der Grund, er war mein Landsmann, er ist mein Landsmann, Alkut. Und da habe ich mir gedacht, ey, besser beim Landsmann anstatt bei fremden Leuten, weißt du, da ist man sicherer. So denkt man sich das, weißt du, in der Situation. Aber glaubst du denn dennoch, dass du das vielleicht auch alleine geschafft hättest, in so kurzer Zeit? Es ist ja wirklich, es sind jetzt ein, zwei Jahre vergangen. Ich habe das versucht. Ich wäre nie davon ausgegangen, dass ich irgendwie Rapper werden will oder diesen Weg. Ich kannte doch die ganzen Rapper schon. Ich hätte doch diesen Weg schon vorher einschlagen können. Ich kannte auch vom Rohrpott die ganzen Rapper. Aber ich bin ein altendauer Junge. Mit mir kann auch nicht jeder, weißt du, was ich meine? Und ich kann auch nicht mit jedem. Ich bin ein sehr temperamentvoller Typ. Aber auch nicht in falschen Stellen. Also alles läuft gerecht. Weißt du, was ich meine? Das heißt, der Weg wäre tatsächlich einfach ohne Haft ein komplett anderer gewesen? Ich bin 100 Prozent weiter auf Straße gewesen oder vielleicht jetzt geheiratet oder so. Oder irgendwas. Aber dadurch, dass wir telefoniert haben, ist das eine zum anderen geführt jetzt. Aber man muss man auch so sagen, im Endeffekt hat die Arbeit, die ich gemacht habe, mich auch dahin geführt, wo ich bin. Ich bin okay. Aber mein Bruder hat mir die Tür aufgemacht. Aber laufen muss ich alleine, weißt du? Wie sehr hat er denn jetzt Einfluss genommen auf deinen Album Aufnahme und Entstehungsprozess? Hat er dir über die Schulter geguckt oder dich komplett dein Ding machen lassen? Ich habe mir über die Schulter geguckt. Ich war ganz alleine bei diesem Album. Zu Hause mit mir zusammen, mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden aus meinem Viertel. Und wenn irgendeiner was dazu beigetragen hat, dann waren die das so mit Motivation und mit Ideen und so. Ja, also das ist auf jeden Fall ein selbst eigen entstandenes Projekt. Aber als es dann fertig war, wie hat dann Ayko darauf reagiert? Hat er gesagt, das ist alles super. Er hat es noch gar nicht gehört. Ich habe es auch keinen hören lassen, ehrlich gesagt. Weil ich habe so gemerkt, keiner zeigt seine Musik. Und dann habe ich mir gesagt, warum soll ich meine zeigen? Ihr zeigt euch untereinander nicht irgendwie so, ey, ich habe hier einen neuen Song, hört ihr das mal an? Was sagst du? Ja, nur das Feature hören die selbst. Das mehr nicht. Aber warum? Woran liegt das? Weiß ich nicht. Wir machen vielleicht so ein bisschen Geheimnis auf so Überraschungskiste. Guck, so Überraschungseffekten ist ich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man vielleicht nicht mit der Kritik des anderen umgehen kann? Nein, nein. Jeder hat doch seinen eigenen Geschmack. Jeder will doch das machen, was er will. Wenn man das macht, was man will, das interessiert keinen, was ein anderer sagt. Und wenn du jetzt, also ein paar Kumpels zumindest, hast du vielleicht schon was gezeigt. Was waren denn so die ersten Reaktionen darauf? Was waren so Schlagworte, die kamen, wenn man deine neuen Songs gehört hat? Ich habe meine Freundin, also meine Eltern sind jetzt schon seit einem längeren Zeitraum in der Türkei. Die leben so ein bisschen, gehen immer dahinter und kommen wieder zurück. Und wir waren dann immer alleine bei uns zu Hause, sturmfrei und so, chillen, millen, Beats laufen. Meine Freunde wissen nicht so viel von Rap und so Bescheid, aber die wissen es natürlich, wenn sich was gut anhört. Und dann habe ich es gemacht und gesagt, Baba, 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 das ist Baba, das ist Baba und das ist Baba, das ist nicht so gut, das ist Baba. So ging es einfach. Baba ist das Prädikat, was man auf dein Album packen kann? Baba kann man gut, schön, ist gelungen nennen. Weil du gerade deine Eltern und die Türkei angesprochen hast, du hast neulich gesagt, dass du dich in Deutschland eigentlich nach wie vor fremd fühlst und dass du eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen möchtest und dann auch in die Türkei gehen willst. Vielleicht in die Türkei, vielleicht auch woanders hin. Ich meine, ganz ehrlich, in Deutschland ist es so, man kann ihr Geld verdienen, aber nicht genüsslich das Geld ausgeben. Wenn man so mal auf die Straße geht, Leute lachen hier sehr, 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 sehr wenig. Und das hat doch was mit diesem System und so zu tun, mit was denn sonst, mit dieser Struktur, wie die die hier aufgebaut haben. Aber geht man mal nach Holland oder nach Frankreich, Frankreich ist richtig Ghetto, aber warum lacht das Ghetto ganze Zeit? Anscheinend ist da was anderes am Laufen, weißt du, hier sind die Leute wie das Wetter, Alter. Weißt du, und auch, ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich super fremd, hier ist meine Heimat, sage ich dir ganz ehrlich, auch wie die Türkei meine Heimat ist. Aber man ist überall ein bisschen fremd, dort, hier. Man will irgendeinen Ort haben, wo man sich wohlfühlt, ehrlich gesagt. Du hast ja auch ein Video gedreht in Istanbul und hast, glaube ich, auch gesagt, dass ihr eigentlich ein bisschen was anderes vorhattet, aber letztendlich der Ort euch dann so ein bisschen inspiriert hat, dann das Videokonzept ein bisschen umzuwerfen. Was genau hat diese Stimmung da mit dir gemacht? Dort, die Stimmung. Man sieht so, kleine Kinder, die so arbeiten gehen, die Zuckerwatte verkaufen, Beispiel, oder diverse andere Sachen. Er ist trotzdem Kind, er hat sein Kindzeit nicht verloren, obwohl er gerade da am Arbeiten ist, weißt du. Und hier macht er so, Mama, ich habe kein iPhone bekommen, Mann, Mann, und hast du nicht gesehen. Und was er dann macht wegen so einem iPhone, der geht seiner Mutter drei Monate lang Terrorismus auf ihr Birne machen, weißt du. Das geht doch nicht, Alter, was ist das für eine Welt, Alter. Aber das hat ja wieder was mit unserer Generation zu tun. Ich habe auch viel mehr draußen gespielt als unsere, jetzt unsere kleinen Geschwister, Kinder, was auch immer. Ja, aber das hat was damit zu tun, dass die Leute das eben so formen, die Zeit und so. Das ist aber nicht cool, sage ich dir ganz ehrlich. Das kleines Kind Handy, weißt du, wann ich Handy gesehen habe? Da war ich schon längst raus aus der Pubertät, schon längst, längst raus. Ja, nee, und man hat sich draußen getroffen, so Sachen, so ganz normale Sachen, menschliche Sachen. Guck mal, letztes Mal war ich am Sitzen vorgestern oder so mit so einem Kollegen, der sagt so, der sagt so, weißt du noch früher so, der sagt so, wenn man eine Freundin hatte, dann war die aus der Umgebung oder von einem Kollegen, die Bekannte, so. Das war im Umkreis von einem Kilometer oder so, diese Bekanntschaft. Heute Facebook, nackte Bilder werden ausgetauscht, die Torwärterin von USA macht Fotos so. Verstehst du? Wir kommen in einer verrückten Welt, die haben die Welt dreckig gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Meine Welt war gut, aber diese Welt, dick schmodder. Willst du denn deinen Kindern später Handys, Internet, alles komplett verbieten? Verbieten, aber ich würde sie auch nicht in die Wiege legen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So sieht's aus. Lass uns noch ein bisschen über deine Musik sprechen. Das, was man bisher hören konnte aus deinem neuen Album, kann man schon sagen, ist eigentlich alles komplett unterschiedlich. Also jeder Song hat irgendwie eine eigene Thematik, hat auch ein anderes Soundbild. Ist das so, dass es auf dem gesamten Album eigentlich jeder Song irgendwie ein anderes Konstrukt ergibt oder gibt es diesen bekannten roten Faden doch noch irgendwo? Ja, ist schon, von der Musik her und vom Style her sind schon viele verschiedene Varianten da. Ist doch langweilig, wenn ich 15 Lieder gleich mache, oder? Findest du nicht? Gleich wäre natürlich tatsächlich sehr langweilig, ja. Kennst du, viele Rapper machen das so, die haben so 15 Lieder drauf und es hört sich einfach gleich an. Okay, vielleicht sagt er mal da Pumpgun und da Uzi, aber es hört sich gleich an. Hast du da besonders Wert drauf gelegt, dass du einfach dachtest, du möchtest, dass jeder Song irgendwie... Nein, das habe ich so gemacht. Ich habe mir die Beats so ausgesucht. Die Beats waren immer anders und dementsprechend habe ich auch gehandelt. Was ich aber auch ein bisschen auffällig finde, gerade bei den zwei Videoauskopplungen, bei Zahnlücke und was der Kleine sagt, die sind ja schon so ein bisschen, also von der Aussage her, ein bisschen widersprüchlich. Also auf der einen Seite hat man dich als Vaisel, der sagt, in mir steckt immer noch der Straßenjunge und immer noch so ein bisschen dieses Gangster-Sein und auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, möchtest du ein bisschen als Vorbild, lass mich ganz kurz aussehen, auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass du so ein bisschen als Vorbild fungieren möchtest und auch eben für Menschen sprichst, die aus einer ähnlichen Situation kommen wie du. Wie lässt sich das beides miteinander vereinbaren? Das ist so, das ist Musik, ja. Und das ist ja meine Vergangenheit. Ich bin Gangster-Rapper. Dann habe ich das Recht, auch ein bisschen sowas zu machen, zu entertainen. Ich habe nicht gesagt, mach das oder tut das oder tut das oder irgendwas beleidigt. Ich habe ein bisschen auch, wenn man das hört, ist es auch ein bisschen Psi dabei, weißt du, wie ich meine? Ich ballere, du bist voll schwul und du landest im Rollstuhl. Ich schieße jetzt nicht ehrlich und sage, du bist voll schwul und landest im Rollstuhl. Aber es hört sich als reinmäßig gut an und es kommt gut rüber. Man muss ja auch ein paar Songs machen, die nach vorne gehen. Ist einfach so im Rap. Aber mir persönlich, dass die Leute wissen, wie meine Persönlichkeit richtig ist, dann ist, was der Kleine sagt. Das will ich im Endeffekt auch sagen. Aber das gehört auch dazu als Gangster-Rapper. Und auch wenn ich was Gutes sage, Gangster-Rap wird es immer geben und die Straßen wird es auch immer geben. Das wird nicht sich irgendwie abwenden, weil ich jetzt bessere Message gebe. Also ist dir die Vorbildfunktion schon wichtiger als das Thematisieren eben auch des Straßenjungs in dir? Ich muss kein Vorbild sein. Ich kann aber die Wahrheit erzählen. Verstehst du, was ich mache? Nur das, was ich denke. Vorbild sollten Eltern ihre Kinder sein. Das ist das. Eltern sollten ihren Kindern das Vorbild sein. Nicht ich. Und wenn sie mich als Vorbild nehmen, dann sollen die die guten Sachen nehmen und die schlechten Sachen sein lassen. Und ich meine, jeder kann gut von schlecht unterscheiden. Zumindest Leute, die alt genug sind. Ist das bei deinen Rap-Kollegen auch so, dass man diese Vorbildfunktion komplett von sich wegschieben kann? Oder gibt es da auch Punkte, wo du sagst, das würde ich zum Beispiel nicht in einem Song machen oder sagen? Genau, man sollte schon aufpassen, was man, wie man, wo man, bis wohin man sagt. Mit Grenzen. Man sollte es auch nicht übertreiben, weißt du? Ja, und ich denke mal, es sieht bei meinem Video auch nicht so, auch so, es sieht schon so aus. Ach guck mal, der will so ein bisschen angeben, ein bisschen so mächtig. Ja, so ist das. Du hast ja auch ein paar Feature-Gäste mit drauf. Kannst du, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, aber hast du für dich selber so ein Lieblings-Feature-Part von deinen Rap-Kumpels auf deinem Album? Hannibal. Was macht sein Part so gut? 4, 3, 9, Junge. Ja, Mann. Ja, das macht das. 4, 3, 9, Nordi. Grüß euch alle. Anton und so. Du weißt. Hannibal ist ein sehr super Typ, sehr stabil, hat auch so starke Stimme und so. Und wir ergänzen uns sehr Baba. Bist du da eigentlich kritisch, wenn du jemanden mit auf dein Album holst und vielleicht beim ersten Mal dir der Text oder die Aufnahme des Features nicht so gut gefällt? Sagst du sowas dann auch? Bist du da kritisch? Ja, ja, natürlich, wenn da irgendwas so falsch ist oder so, irgendwas nicht cool sich anhört. Oder was später in einen falschen Hals reinkommen könnte? Sag ich so, ändere das mal mit so und so. Aber ich erkläre ihm das natürlich auch demjenigen so, dass er das nicht falsch versteht oder so und nicht im falschen Hals bekommt. Was hast du denn jetzt gerade selber so für Visionen mit deinem Album? Weil es wirkt ja bei dir immer so ein bisschen, als hätte dich eigentlich mehr oder weniger im liebevollen, netten Sinne Haftbefehl so ein bisschen reingeschubst. So jetzt mach mal und du bist da auf einmal drin gelandet und alles läuft ganz gut. Hast du denn jetzt auch selber deswegen so eine völlig entspannte Haltung? Es ist eigentlich egal, wie viel das verkauft wird. Es ist mir auch egal, ob ich charte oder nicht. Oder ist das bei dir schon jetzt? Da wird dir Geld reingesteckt, weißt du, was ich meine? Da hat man ja irgendwann Patte investiert. Die sollte schon wieder rauskommen und ein bisschen Gewinn, das sollte auch schon drin sein, weißt du? Die machen das ja nicht umsonst. Ich habe nicht umsonst da jeden Tag geschrieben und zwei Monate, drei Monate mich eingeschlossen zu Hause und mir Gedanken gemacht. Das ist auch Schweiß und so dahinter, hinter dieser ganzen Arbeit und so. Und ich will schon, dass sie belohnt wird, weil ich habe kein schlechtes Album gemacht. Ich habe ein super Album gemacht, wo man nicht wegskippen muss, wo jeder Track was Besonderes für sich ist. Und ich habe es gemacht, auf jeden Fall. Egal, wer es gehört hat bis jetzt. Bruder, sehr, sehr gut gelungen. Weil es ist auch nicht so ein, es ist kein 0815, es ist so, was du auch in zehn Jahren wieder hören kannst. Wie lange hast du denn eigentlich insgesamt daran gearbeitet? Gearbeitet so zwei, drei Monate und so, wenn ich die Stunden alle zusammenzähle, habe ich auch schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, 24 Stunden für die Aufnahmen gebraucht. Insgesamt zwei Stunden mal da, zwei Stunden mal da, eine Stunde mal hier. Das ist relativ wenig, ne? Du weißt, Fast Money, Fast Life. Darunter leidet dann aber nicht die Qualität. Nein, 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 bei dir ist die Stimme doch nicht. Ich bitte dich. Was hast du denn außer deiner Stimme noch für Qualitäten, die dich von anderen Rappern unterscheiden und die dich... Gut aussehen. Gut aussehen, weiß auch er hier. Gutes Aussehen, gute Stimme, immer nett, sympathisch, Charakter gut. Was sind deine Schwächen? Meine Schwächen? Frauen. Wie ist das denn? Nein, meine Schwächen, was sind meine Schwächen? Keine Ahnung. Frauen. Kann sein. Gehst du zu auf den Versuchungen, gerade auch als Rapper, fällt es ja dann den Mythen nach sehr leicht? Nein, 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 das nicht. Aber so, ich gucke schon hinterher. So, meine Augen sind schon so, die gucken hinterher, aber die gucken auch zurück. Aber dieses Gucken macht schon Spaß. Es ist auch nicht mehr wie ein Gucken, es ist nur Gucken. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich mag das, mit so Frauen so Blickkontakte machen. Solange dich das nicht ablenkt von deiner Arbeit, ist das ja eigentlich keine Schwäche. Nein, nein, wird nicht. Also hast du keine Schwächen, um es auf den Punkt zu bringen? Nein. Das freut mich für dich. Bevor es jetzt zu diesem Album kam und bevor du deine eigenen Videos gedreht hast, hattet ihr, glaube ich, auch noch einen sehr spannenden, aufregenden Videodreh mit einem der wichtigsten, bekanntesten Schauspieler in Deutschland. Für Cilo und Abtis Album habt ihr mit Moritz Bleibtreu ein Video gedreht. Wie war das für dich? War das irgendwie ein besonderer Moment? Ja, natürlich. Ich gucke so auf, Moritz Bleibtreu ist da. Ich so, okay. Ja, und ich habe dir eine Rolle bekommen in dem Video. Ich war so seine rechte Hand mäßig. Und er hat auch zu mir gesagt, du bist ein Übertalent, was Schauspielerei angeht und so. Und ich würde am Ball bleiben, was das angeht. Und ja, mal gucken jetzt. Ich will mir jetzt dann auch kein Schloss drauf aufbauen und so. Aber der hat mir auf jeden Fall Baba Props gegeben. Und ja, vielleicht meldet er sich noch. Du weißt, Moritz Album, ich rufe an. Das würde dich auch reizen, vielleicht neben der Musik noch eine Schauspielkarriere aufzubauen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Vor ein paar Tagen habe ich das vorgestern. Duft der Straße gedreht. Und das ist auch ein Filmproduzent. Also der macht eigentlich Filme und sowas. Der hat gesagt, Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, du bist für Film gemacht. Dein Gesicht, deine Stimme, wie du dich hältst, wie du guckst, unglaublich. Kneidet euch eine Scheibe ab. Aber wahrscheinlich werden die Rollen dann schon so auch auf den Gangster-Straßentypen limitiert. Warum? Ja, kaum drauf an. Gangster, der Pate, der Boss, der Kaiser, der König. Das klingt doch danach, als wenn du auf jeden Fall eine spannende Zukunft vor dir hast, wenn es jetzt so weitergeht. Ich habe immer gesagt, Bruder, mach Synchronsprecher. Hallo, was geht da? Das habe ich dir, glaube ich, aber auch schon mal gesagt. Ja, aber ich meine, wir haben mehr drauf, als Synchronsprecher zu sein. Ich bin schon, ich will schon so einen Robert De Niro machen. Du kannst ja beides. Du kannst ja Schauspieler sein und synchronisieren. Oder du könntest auch Radio moderieren. Also deine Stimme gibt einiges her. Welcome to Radio Outlock Point 9 FM. Listen to Vis-a-Vis and me. Waisel, gibt es von deiner Seite noch Dinge zu sagen zum Album, zur Tour? Auf jeden Fall. 17.10. Audiovisuell. Geht in den Laden, Müller, Mediamarkt, was auch immer. Holt euch die CD, tut euch selber einen Gefallen und mir einen Gefallen und hört gute Musik. Waisel, audiovisuell, 17.10. Nochmal zu wiederholen. Ich danke dir. Ganzer Erfolg und alles Gute. Dir auch alles Gute. Bye. Ich bin Disaster, ich bin 20, ich komme aus Hamburg, St. Pauli und ja. Ich bin eher im Norden Hamburgs aufgewachsen, wohne auf St. Pauli jetzt seit knapp drei Jahren. Bin Langhorn, Schnellse, Niendorf, da die Ecke aufgewachsen. Bin Langhorn, Schnellse, Niendorf, da die Ecke aufgewachsen. Bin Langhorn, Schnellse, Nindorf, da die Ecke aufgewachsen. Und das ist ganz klar, ich bin ausgewachsen. Verpannende Musik. Vielen Dank.